Am heutigen Dienstag treffen im Achtelfinale des DFB-Pokals Borussia Dortmund und Werder Bremen aufeinander. Spox liefert euch alle Informationen rund um die Partie und zeigt euch, wo ihr das Spiel live verfolgen könnt. Für den BVB läuft es in der Bundesliga momentan sehr gut. Trotz des 1-zu-1-Römi beim Auswärtsspiel gegen Eintracht Frankfurt konnte Borussia Dortmund den Vorsprung auf den FC Bayern München auf sieben Punkte ausbauen. Liga-Konkurrent Werder Bremen hoffte dagegen endlich wieder einen Sieg einzufahren. Die Bremer mussten sich in den letzten zwei Spielen mit einer Punkteteilung zufrieden geben. Anlass genug, gegen den Tabellenführer der Bundesliga einen echten Coup zu landen. Eine komplette Übersicht über alle Spiele der Achtelfinals im DFB-Pokal findet ihr hier. Borussia Dortmund gegen Werder Bremen, wo und wann findet die Partie statt? Am heutigen Dienstag tritt der BVB im Dortmunder Signal Iduna Park gegen Werder Bremen an. Anpfiff des Spiels ist um 20.45 Uhr. Borussia Dortmund vs. Werder Bremen, wo kann ich die Partie live verfolgen? Das Spiel zwischen dem BVB und Werder Bremen wird neben dem Aufeinandertreffen des FC Bayern München und Hertha BSC im Free-TV bei der ARD übertragen. Die restlichen Partien sind auf den Pay-TV-Sender Sky zu sehen. Wer ein Sky-Habo besitzt, kann die Partien also über einen TV oder per Livestream sehen. Außerdem besteht die Möglichkeit das Geschehen auf dem Rasen im Spox Live-Dicker zu verfolgen. Die bisherigen DFB-Pokalpartien 2019 Datum Gegner Ergebnis 20. August 2018 Greuther Fürth 2 zu 1 N V 31. Oktober 2018 Union Berlin 3 zu 2 N V Datum Gegner Ergebnis 18. August 2018 Wormatia Worms 6 zu 131 10. 2 0 1 8 SC Weiche 0 8 5 1 Alle Termine des DFB-Pokals 2018 19. Tildatum Event 10. Februar 2019 Auslosung Viertelfinale 02 3. April 2019 Viertelfinale 7. April 2019 Auslosung Halbfinale 23. 24. April 2019 Halbfinale 25. Mai 2019 Finale 25. Mai 2019